Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Moin Mädels, Moin Jungs, Herzlich Willkommen auf meinem kleinen Scheiß Drecks Kanal. Ähm, Grüße gehen raus an, ich muss mal kurz nochmal nachgucken, wie heißt sie denn? Sophia, glaube ich, oder so einen Scheiß. Saskia! Grüße gehen raus. Ja, heute mal wieder Simulator und alle sind ja, sonst bist du mal wieder Bus-Simulator und du hast ja versprochen, dass du mal wieder Bus-Simulator. Geht bitte in euer Scheißzimmer und halt eure Scheißfresse, weil ich spiele Scheiße, was ich Scheiße spielen will. Es gibt auch andere Spiele, über die ich mich aufregen kann. Nicht nur die Scheiße mit dem Bus, ne? Ihr könnt doch auch tatsächlich mal einen Simulator vorschlagen, wenn er nicht was mit Bus zu tun hat, ne? Beim Bus-Simulator habe ich mir jetzt dreimal durch die Kimme gezogen. Und das stinkt nach Arsch, da habe ich keinen Bock mehr drauf, bin ich ehrlich. Außerdem habe ich jemanden mitgebracht. Das ist Kiba, mein Mini-Kiba. Ja, heute spielen wir ein Spiel, ihr seht es vielleicht schon im Titel, Bier-Simulator. Als ich gekauft habe, habe ich es mit Bier-Simulator verwechselt. Ja, wird auch niemals old. Auf jeden Fall schauen wir da jetzt mal rein, das soll eine absolute crazy Geschichte sein. Außer man hat eine schicke Friese, weil ich bin jetzt gerade, wo ihr dieses Video seht, auch schon auf Tour. Vermutlich gerade auf einem Konzert in, lass mich lügen, Leipzig. Mit Electric Callboy, ich habe es angekündigt, ich habe es jetzt gesagt, letzte Woche gab es auch Videos dazu. Wenn euch interessiert, wann, wie, wo, was, schaut da gerne mal die letzten beiden Videos auf meinem Kanal. Und jetzt am Freitag kommt das zweite Teil vom Making-of drinnen. Da könnt ihr auch schon mal gucken, wie ich da eine Badewanne holt und wie das gewesen ist. Äh, Schwamm drüber, oder auch nicht. Okay. Oh mein Günnis. Oh. Ich habe das Spiel geschlossen. Ja, oh mein Gott. Was können wir hier alles machen? Wir machen uns alles auf Maximum. Ist das eine Gesichtsgrätsche? Ey, holy shit. Sag mal, die Mucke ist recht laut, ne? Hallo. Schön fett. So wie wir. Oh. Die Story. Nein. Junge, ist das dumm. Oh, ne, jetzt geht's los. Jetzt bin ich einfach an dir. W, A, S, D bewegen. Space springen. Oh mein Gott, ich habe richtig heftig. Oh mein Gott, ist das schlecht. Warum steht da eine richtig fette Kuh? Ich kann sprinten. Ich habe keinen Arm in der Koi in der Luft. Holy shit. Oh shit. Okay, ich kann also. Oh, ich kann das Auto angreifen. Oh mein Gott. Ich habe eine Bistu. What? Hä? Ich reihe gar nichts. Sag hallo. Hi. Oh, hi Mark. Hey! What the? Oh, ne neue Waffe. Alter! Oh, ich kann aber quasi, wenn ich an der Anbau kann ich, äh... Wie ist das? Kann tanzen. Oh, die machen Capoe Rara. Hey, 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 hey. Warte mal, der gehört jetzt zu mir. Ich reihe... What the fuck? Da ist ein Koala am Gebäude. Hey, ich reihe gar nichts. Ey, ich habe mir... Ich bin ja... Ich gucke ja in diese ganzen Games nie rein. Oh. Es gibt auch keinen Sound in diesem Spiel. Das ist... Ich... Also, keine Macht den Drogen. Aber wie krank muss dieses Spiel sein, wenn man irgendeinen kranken Trip fährt? Oh mein Gott, du bist Hirsch. Ja. Ach so, wie Spider-Man oder was? Oh, die ist jetzt... Was ist jetzt mit dir? Die ist zum Stier geworden. Egal. Weg mit der. Die fällt um. Die fällt um. Oh, fake. Das ist so ein verwirrendes Spiel. Ich habe ein Rezaster-Level. Oben rechts. Was ist Rezaster? Ich bin eh. Eh wie ein... Ah, die Kuh ist umgefallen. Was bin ich mit dir? Ich kenne die End. Ey! Oh, hier gibt es eine Bahn. Ich kenne mich einfach auf alle schießen. Oh, die Polizei. Sorry, geht los. Jetzt sind da Schafe. Jagen die mich jetzt? Polizei Level 1. Schaf. Komm jetzt. Oh, die wollen auch... Ich kann die Gebäude kaputt machen? OMG. Holy... Ah, es kommen mehr Schafe. Kill all the sheep. Du hast die Polizisten besiegt. Nice. Junge, da fliegt ein Elefant rum. Oh, ne AK. Junge, was? Sag hallo. Ich würde dich gern verhirschen. Geil, ich habe jetzt noch einen. Ich habe einfach so einen. Den hätte ich auch gern. Ich will mich jetzt noch... Ich will dich auch verhirschen. Also, ich habe jetzt hier schon so drei Rekruten, die jetzt einfach mir hinterherlaufen. Das hat auch gar nichts gebracht, dass ich mir vorhin diesen Hemming dargestellt habe. So. Alter. Jetzt ist die Polizei richtig sauer. Jetzt kommen die mit Autos. Holy shit. Ah, es ist ein Eisbär. Oh, der Eisbär. Ah! Ah! Ich muss hier einfach nochmal weg. Okay, ich hoffe, die Polizisten wieder besiegt. So, willst du mitspielen? Zack. Angehört. Ich reile das alles nicht. Jetzt ist hier ein neuer Kuhstall. Warum spielen die Kühe Basketball? Okay, was ist jetzt mit denen? Ich kann mich durch... Ich kann mich so... So, was haben wir hier denn? Achtung. Resister-Levels ausdrucken und so weiter werden zurückgesetzt. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Wir müssen erst mal verrecken, bevor wir hier irgendwas machen. Was ist das Ziel dieses Spiels? Oh, es ist Nacht. Und jetzt kommt... Ohrenwandler. Ah, der sieht jetzt in Schafen losgeschickt. So, wo war ich schwer? Ah, der snipet mich. Die snipen. Ah, die Kanikles snipen mich. Holy shit. Hilfe, 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 Hilfe. Das Haus geht kaputt. Holy shit, es ist alles krass. Ich komme nicht mehr genau auf mein Leben. Es ist zu krass. Okay, Eisbär kommt. Aber ich habe irgendwie noch maximales Leben. Holy shit. Was ist jetzt? Ein Corgi, der kommt mit einem Fallschirm. Was ist... Was passiert hier? Oh shit. Oh mein Gott, what? What? Das war nicht so gemeint. Das war nicht so gemeint. Das war nicht so gemeint. Der macht alles kaputt. Okay, wir haben ihn. Was ist das für ein Spiel, Mann? Ey, ohne Witz. Ich meine, ich kann euch versichern, das ist hier alles nicht gespielt, ne? Ich bin total verwirrt. Ich bin einfach nur verwirrt. Was ist das für ein Game? Ich hab das mal irgendwann... Irgendwann hab ich mir das mal angeguckt. Und dachte so, das sieht ja ultra lustig aus. Junge, auch diese ganzen Narutos. Ich ralle hier gar nicht. Ich weiß auch nicht, was das Ziel ist. Da fliegt ein Elefant, da liegt eine fette Kuh, die riesig ist. Ich habe so viele Fragen, was das Spiel angeht. Eine Granata. Sag mir nicht, ich schmeiß jetzt noch gleichzeitig mit Granaten. Das ist das geilste Spiel, was ich je gespielt habe. Das ist ja Aggressionsabbau pur. Wenn ich wieder hier vor irgendwelchen Dreckskatzen stehe, wenn ich wieder 100 Kommentare sehe mit Halt ich rüber mit der Buschimmung, dann stelle ich mir einfach vor, ihr seid hier... Dann stelle ich mir einfach vor, ihr seid hier in diesem Spiel. Ich hau euch allen aufs Maul. Ne? Ich finde die Granaten nicht so geil, muss ich sagen. Aber ich bin natürlich alle Waffen haben. Ich kann auch aufsetzen, ne? Hab ich schon gesehen. Ich bin ein... Was zum... So, was ist, wenn ich jetzt tanzen drücke? Es tanzen alle mit mir Capoeira. Ist das bescheuert. DLC. Head-on jetzt verfolgt. Jetzt ist Steam? The Final Evolution. Jetzt hab ich mir für 4 Euro noch so ein... The Final Evolution. Es ist einfach für 4 Euro ein DLC, wo ich offensichtlich noch als anderes Tier... Ich rall gar nicht. Ich verstehe nichts. Ich finde das alles nur sehr verstörend. Kann ich aber zacken? Bitte, um die Nummer einzuführen. Alles für den Ohrenwander. Ach so. So, das kann ich quasi... Das sind so Einstellungen. Das kann mir alles kaputt machen. Es ist so verwirrend. Und wer ist er da oben? Der kriegt keinen Schaden. Gefällt mir nicht. Der kriegt keinen Schaden. Der kriegt keinen Schaden. Ja, Leute. Das war dir, Simulator. Äh... Wir sehen uns im nächsten Simulator-Spiel. Macht die Glocke an. OVER rated. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017